Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch am Brückenfreitag, dem 10.05. beim Rathaus TV wieder dabei seid. Heute habe ich euch mitgebracht den Rückblick auf die Gösselkirmes mit schönen Bildern, diverse Sachen aus dem Bau- und Stadtentwicklungsbereich, auch ein Spatenstich, da durfte ich dabei sein, sowie verschiedene Personal- und Terminsachen, die ich für würdig genug halte, hier im Rathaus TV zu erscheinen. Ja, beginnen wir mit der Gösselkirmes. Da war die meistgestellte Frage, warum es denn diesmal fünf Tage Gösselkirmes waren, warum wir schon am 1. Mai angefangen haben, das ist leicht erklärt. Am 1. Mai dürfen die Schausteller nicht aufbauen, das heißt am 30.04. steht schon die Kirmes fertig aufgebaut da und wenn sie eh fertig da steht, dann können wir sie auch laufen lassen. Daher haben wir schon am Mittwoch den 1. Mai mit der Kirmes begonnen. Das Wetter war ja auch an dem Mittwoch ganz hervorragend. Ja, am Donnerstag war dann morgens der Vieh- und Kramark, da seht ihr auch gerade ein paar Bilder. Das ist auch immer ein Highlight, gerade die kleinen Gössel, die kleinen Gänse sind für die Kinder, aber auch für viele Erwachsene jährlich ein Highlight. Ja, dann war am Donnerstag die Eröffnung, obwohl der Beginn schon am Mittwoch war. Da darf ich ja immer ein Fass anschlagen und wir verlosen die Gutscheine des Geseker Wirtschaftsnetzwerks. Nochmal herzlichen Dank ans GWN dafür. Am Samstag ist dann und das Highlight schlechthin, wie immer, der Frühlingsumzug dieses Jahr unter dem Motto Olympia. Ich bedanke mich bei über anderthalb tausend Kindern und Erwachsenen, die mitgegangen sind oder die durch Geseker gefahren wurden. Bedanke mich bei den ganzen Treckerfahrern, die auch ihre Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben. Einige Bauern, die Wagen zur Verfügung stellen und ein ganz besonderer Dank gilt natürlich an die vielen Vereine und helfenden Hände, die die Wagen gebaut haben, damit insbesondere die Kindergärten mit ihren Kindern auf die Wagen auch drauf können. Herzlichen Dank dafür. Ja, wie gesagt, das Motto war diesmal Olympia. Das gab viel her. Ihr habt die Bilder ja auch gerade schon gesehen und seht sie auch parallel. Ja, und dann am Sonntagabend war wie immer zum Abschluss das Feuerwerk. Da haben wir auch hier gerade die Drohnenbilder. Das sieht doch auch spektakulär aus mit der beleuchteten Kirmes in dem Mittelpunkt und den Feuerwerkstreiben über dem Kirchturm. Neben dem Kirchturm sind doch auch schöne Bilder. Ja, im nächsten Jahr haben wir nach inoffiziell offizieller Zählungen das 90. Mal Gösselkirmes. Ob das so stimmt, da kann man begründete Zweifel dran haben. Wir haben auf jeden Fall die Gösselkirmes seit 1933 in Gesecke. Das heißt, 100 Jahre Gösselkirmes werden wir im Jahr 2033 haben. Während des Zweiten Weltkriegs hat es inoffizielle Gösselkirmes gegeben. Ob das in jedem Jahr stattgefunden hat und ob, nachdem die Amerikaner Gesecke erobert, befreit haben, dann im Mai 1945 tatsächlich hier eine Gösselkirmes stattgefunden hat, glaube ich eher nicht. Aber die fortlaufende Zählung, die wir jetzt auch nicht unterbrechen wollen, sagt, dass im nächsten Jahr 90 Jahre, 90, nicht 90 Jahre, sondern das 90. Mal Gösselkirmes stattgefunden hat. Und wir haben vom Gösselkirmeskomitee, das ja für die Gösselkirmes verantwortlich zeichnet, als Stadtverwaltung den Auftrag bekommen, auch mal zu prüfen, ob wir im nächsten Jahr am Konzept mal was ausprobieren können. Es gibt ja seit Jahrzehnten, eigentlich seitdem die Mühlenstraße nicht mehr Teil des Kirmesgeschehens ist, den immer wieder geäußerten Wunsch, ob man nicht die Mühlenstraße mal wieder integrieren könnte. Es gibt andere Vorschläge, es gibt auch Ideen, am Festablauf etwas zu ändern. Wir werden uns im Winter oder zu gegebener Zeit mit den Schaustellern zusammensetzen, mit dem Festkomitee zusammensitzen und mal gucken, ob wir zum 90. Gösselkirmes, nach inoffiziell, offizieller Zählung, dann vielleicht mal was Neues ausprobieren. Lasst euch im nächsten Jahr überraschen. Ja, das soll es für die Gösselkirmes gewesen sein. Damit komme ich zum Bau- und Stadtentwicklungsbereich. Das ist zum einen eine Baumaßnahme, wo wir als Stadt am Rande, wenn man so will, beteiligt sind, die federführend der Kreis durchgeführt hat. Ihr seht es parallel auch. Das ist der neue Ortseingang in der Kernstadt aus Richtung Ehringhausen, Ehringhauser Straße. Ihr seht einen fürstlichen Radweg, der da angelegt wurde. Die Straße ist deutlich schmaler geworden. Das soll sich auf die Geschwindigkeiten senkend auswirken. Das ist auf jeden Fall ein wunderschöner Ortseingang, der da jetzt gelungen ist. Ich glaube, der ist wirklich sehenswert. Ja, wenn wir schon mal in der Ecke sind, können wir auch die dritte Querstraße, ist die Wiedmerstraße, hochfliegen. Haben wir gemacht. Seht ihr gerade auch schon. Auch da haben die Baumaßnahmen, die sind dann allerdings städtisch voll im Gange. Da werden wir ja die Wiedmerstraße abknicken lassen, hier in Flugrichtung links in die Vonderburgstraße rein. Die Wiedmerstraße war nie dafür gedacht und ist auch nie dafür konzipiert worden, den Schulverkehr, den Elternbringdienstverkehr abzuführen. Wir wissen um die angespannte Lage an allen Schulzentren, aber da im Westen ist doch die Lage sehr, sehr angespannt, weil auch die Straße auf dem Strickhahn eigentlich an der Belastungsgrenze ist und auch baulich in keinem guten Zustand. Da werden wir aber auch drangehen. Allerdings glaube ich nicht mehr in diesem Jahr. Ja, dann habe ich Bilder mitgebracht von Obstbaumpflanzung. Die hat die Stadt Geseke in den letzten drei Jahren schon durchgeführt. Hunderte von Obstbäumen südlich von Langeicke, südlich von Störmede. Nach einem Konzept, das wir mit dem Verbund mit unserem lokalen Umweltschutzverein abgestimmt haben. Da hat sich Andreas Vollmer wirklich vorbildlich ins Zeug gelegt und hat einen tollen Plan gebaut, nachdem wir die Bäume pflanzen. Wir haben das mit den Landwirten abgestimmt. Wie gesagt, Hunderte von Bäumen habt ihr auch gerade im Überflug gesehen. Ja, dann habe ich ein Thema im Baubereich, wo die Stadt nicht baut, aber würde uns sehr freuen, dass ein Geseker Unternehmen investiert, nämlich Hans und Lenze. Bisher ja an der Bönninghauser Straße in der Kernstadt. Die bauen neu, ihr habt es gesehen, an der Erwitterstraße, an der B1 zwischen Hades Sanitär und Blumen Vollmer, wenn ich das mal im Gesekerslängen sagen darf. Da wird dieses Gebäude, das ihr gerade seht, neu gebaut werden. Nicht nur für Hans und Lenze und seine 30 Mitarbeiter, sondern auch das Labor zieht um von der Fernerstraße in die neue Location hier an der Erwitterstraße. Ich glaube, der Ortseingang wird dadurch deutlich aufgewertet. Das Gebäude schwebt, habt ihr gerade gesehen, so leicht, weil der Keller zurückgenommen ist. Architektonisch auch sehr gelungen. Das ist eine tolle Sache. War ich beim Spatenstich gerne dabei und wünsche dem Bau und der Nutzung zukünftig alles Gute. Ja, dreigeschossig wird es, habt ihr gesehen, 1700 Quadratmeter brutto Grundfläche, also auch ein ordentlich großes Gebäude. Ja, damit komme ich zum Vermischten und Verschiedenen. In diesem Jahr wird unser Krankenhaus zum Beispiel 650 Jahre alt. Dazu wird es noch weitere Veranstaltungen im Laufe des Jahres geben. Der Bischof kommt auch nach Geseke, der neue unter anderem. Wir werden aber auch eine Vortragsreihe haben, einen Tag der offenen Tür. Beginnen tut das Ganze jetzt mit einer Stadtführung. 650 Jahre Hospital zum Heiligen Geist Geseke. Die wird am 16. Mai stattfinden, macht Maria Krägenwinkel Anmeldung. Die Details sind unter mir verlinkt. Ja, und dann habe ich noch dabei Änderungen bei den Abfahrtszeiten an Pfingsten für die Müllabfuhr. Mache ich jetzt schon mal darauf aufmerksam. Ist auch unter mir verlinkt. Ja, abschließend noch eine Personalie der Stadt Geseke. Wir haben eine neue Kollegin der Kindergarten in Störmede, hat eine neue Leitung. Da gibt es Christina Pöppelbaum jetzt als neue Leitung in Störmede, die ich herzlich mit den Kindern willkommen heißen konnte. Wünsche ihr alles Gute für die Leitung unseres Kindergartens. Ja, das war's für heute. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss!